So, jetzt sind wir hier. Jetzt kann Donkey den Schalter aktivieren. Der von Weitem grün aussieht, aber von Dichten blau. So, jetzt aber, zack! Dürfen jetzt rein, wir dürfen endlich rein. Quietsch! Sehr schön, wir haben drei Schalter. Und ich hab keine Ahnung, was jeder dieser Schalter bewirkt. Wahrscheinlich wird einer das Ding dort aktivieren und wir kommen nicht mehr raus. Oh nein. Achso, ich verstehe. Wow. Ist natürlich jetzt ärgerlich, die so zu verschwenden. Hallo? Danke, meine Güte. Okay, wir haben hier verschiedene Schalter. Das ist die Eins, das ist die Zwei und das ist die Drei. Ist ja jetzt nicht so schwer. Eins? Aua, Stromschlag. Na gut, dann, äh, probieren wir uns halt weiter aus. Äh. Zwei? Äh, ich glaube, das war richtig. Zwei. Drei. Eins vielleicht? Oh, ist das falsch. Oh, ist das falsch. Okay. Dann halt nochmal. Zwei. Eins. Ja, wie auch immer man auf diese Reihenfolge kommen soll. Und dann die Drei. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ich glaube, ich glaube immer noch in das Förderband da vorne. Oh, ma, ah. Was zur Hölle? Äh, äh, nochmal. Zwei. Eins. Zwei. Ja, probieren wir uns mal. Aua. Ähm. Was? Zwei. Eins. Danach nochmal die Eins. Das wäre ja untypisch. Zwei. Eins. Eins. Jetzt haben wir die Drei. Komm. Drei. Zwei. Zwei. Ah, richtige Reihenfolge. Sehr cool. Und die Banane wird nach draußen transportiert, wo sie uns nichts bringt. Weil wir dann nur bei Nacht rankommen. Aber okay, immerhin wissen wir, wo es eine leichte Banane gibt. Eine leichte Banane. Das kommt ja, äh, klingt wie eine leichte Dame. Okay, sehr schön. Haben wir das auch gemacht? Ähm. Ach, ne, wir bleiben. Ne, Quatsch. Wen wollten wir jetzt? Wir wollten, wir wollten. Mist, Donkey, wir haben es vergessen. Planky? Ich, ja, ich glaube, Lenky. Wir nehmen mal Lenky. Lenky können wir nichts falsch machen. Ähm, Abkürzung. Swing. Ah, Banane gibt ja auch noch sehr cool. Und dann müssen wir durch den... Lilan Gang, genau. Da, wo wir hergekommen sind. Was sind die auch die... Ah. Abkürzung. Hier gibt es noch ein paar mehr Bananen für unseren coolen Affen. Bevor wir natürlich durch die... Das Tor schreiten zu der... Zu dem nächsten Abschnitt in dieser Welt. Möchte ich erst einmal... ...mich hier umsehen. Denn wir haben ja noch... ...diesen riesigen Pilz. Dieses riesige Pilzgebäude. Und ich glaube, meine Erinnerung kommt gerade wieder. Irgendwas war hier beschissen. Was? Findest du dich alles beschissen? Ja, das kann man so sagen. Muss man aber nicht. Es gibt halt manchmal Dinge, die sind nicht so schön wie andere. Dieses Level gehört... ...eventuell zu teilen dazu. Können die noch irgendwas abschießen? Jeder Affe darf einmal. Okay. Obra, hüp. Na, komm her. Nein. So knapp. So close. Aha. Okay. Sehr schön. Ähm, Tiny? Du kannst da irgendwas aktivieren. Beziehungsweise... ...dort oben... ...au noch ranschießen. Sehr schön. Bananen und... ...Schalter. Oh nein. Auf Zeit. Natürlich. Ich habe auch nichts besseres zu tun, als auf Zeit da hochzuklettern. Ich weiß doch nicht mal wo lang, Freunde. Ähm, das sieht nicht richtig aus. Verdammt. Das wird aber sehr, sehr eng. Hier hoch oder da drüben? Ich... ...keine Ahnung. Wo ist denn das blöde Ding? Ist das da hinten? Ja. Nein. Ach, ich höre schon wieder jemanden ballern. Na gut. Oha. Ah. Das tut weh. Schon beim Zugucken. Jetzt, trifft doch mal. Oh, ich habe das Gefühl, dass es dicht ist, ihr Schalter. Ähm. Habe ich gewusst. So, noch mal. Der Versuch, da hochzukommen. Wir schaffen das. Das darf nicht so schwer sein. Wenn sich Tiny denn anstrengt. So, da hoch. Dann einmal hier hoch. Ja, guck mal. Das schaffen wir doch diesmal. Ja, einmal da rüber gehüpft. Beziehungsweise... Beziehungsweise geflogen und dann gibt es hier unsere nächste Banane. Ach, du Schande. Schnelle Schwünge. Hüpfe auf die Bäume und sammle alle Münzen. Innerhalb von 44 Sekunden. Also 45. So, jetzt geht es wieder los. Oh ja. Oh nein. Das war ja schon mal super. Ich kriege die Münze nicht. Verdammt. Okay, das ist eigentlich nicht schwer, wenn man dann wirklich sofort alle Münzen trifft. Und das ist mir jetzt gerade eben so gar nicht gelungen. Ob wir das noch schaffen? Neun Münzen noch in 8 Sekunden. Oh, das wird nix. Nope, nope. Schade. Aber definitiv nicht schwer. Definitiv nicht. Das ist gut machbar. Schnelle Schwünge. Ich hüpfe. Wie erst alles ruhig ist und dann auf einmal sobald man oben ist geht's ab. Geht's ab. Aber nicht, wenn man sich so anstellt, wie ich gerade. Sehr schön. Und schwing dich Tiny. Schwing dich. Schwing dich. Wie. So. Und so. Und so. Und so. Well done. Easy. Going. Gar kein Problem. Auch Tiny's erste Banane. Ich habe das Gefühl, der Trunk kommt immer ein bisschen zu spät. Ich weiß nicht, wie ich da aufkomme. Okay, dann. Oh, wechselfass. Da bist du. Ähm. Lanky. Was war das ja eigentlich für ein, für ein... Haben wir das gerade schon aktiviert gehört? Donkey. Hatten wir das aktiviert? Was war denn damit? Ich glaube, wir haben das gar nicht aktiviert, oder? Ach, Moment. Ähm. Ich wollte ja noch mithären. Wir sind mit Chunky reingekommen. Kein Wunder, dass wir das nicht aktiviert haben. Oh, Lanky. Ja, Didi. Jetzt bist du dran. Du musst nach da. Links schießen. Getroffen. Sehr schön. Jetzt können wir mit Donkey einmal noch schießen. Was auch immer das jetzt hier bringt am Ende. Wenn alle getroffen haben. Hallo? Danke. Und dann haben wir hier nochmal einen Donkey-Schalter, der uns wahrscheinlich auch den Weg zu einer Banane eröffnen wird. 30 Sekunden. Ihr habt sie doch nicht alle. Wie soll ich nur 30 Sekunden hochkommen? Donkey Kong. Der ist das Schwergewicht vom Allerfeinsten. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt nicht nach links, sondern nach rechts. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Oh, okay. Ähm, was? Was? Zur Hölle, wo ist die Banane? Ähm, was? Habe ich hier irgendwas verpasst? Das kann man doch so niemals schaffen. Wie soll das gehen? In 30 Sekunden? Ich aktiviere erstmal den Schalter hier. Vielleicht bringt uns das irgendwie eine Kanone oder sowas. Für alles andere hätte ich jetzt gar keine Erklärung. muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst wusste ich nicht, wie man da so schnell hochkommen soll. Okay. Das erklärt alles. So kommen wir also in 30 Sekunden da hoch. Okay. Dann versuchen wir das mal, Donkey. Viel Erfolg. Oh, Banana. Okay. Ähm. Allein das da hinten. Verdammt. Ich dachte, das wäre hier. Verdammt. 10 Sekunden. Ja, das wird bestimmt in 10 Sekunden super klappen. Nein. Ich verteufle dich, du Spiel. Aua. Gibt es hier noch irgendwas schönes für uns? Oh, hei, Digga. Wir gucken uns natürlich danach noch mal. Genau. Aua. Hier oben. Ist das vielleicht Donkeys? Nö, Diddies. Du interessierst mich nicht, Mann. Geh weg, du stinkst. Wie hoch das einfach ist. Aua. Also, noch einmal. Schalter aktivieren. Und dann da lang. Oh, Banana. So, jetzt aber. Jetzt wird's was. Boom. 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 Banana. War doch gar nicht so schwer. Weiß gar nicht, was ihr alle habt. Okay, ich würde gerne einmal nach zu Lenky wechseln. Hallo, zu Lenky wechseln, danke. Denn... der Affe kann ja hier wie schon gesehen sich einen Ballon... dieses Timing. Danke. Sie werden Ballon holen, gut. Jetzt will ich dann einmal mich einfach runterfallen lassen mit Diddy. Damit wir uns so... Aua. ...seinen Kumpel hier holen können. Nein! Schönes Fass geflogen. Na mal hin. Okay, also ich lasse mich jetzt noch mal hochfliegen. Hochschießen. Weil ich nicht unbedingt mit ihm alles abgehen will. Ich würde auch gerne einfach da aufsteigen. Das wäre auch okay. Ja, wiii. Also, Diddy macht das Spaß. Der hat damit seinen Spaß. Hallo. Okay. Muss ich jetzt fliegen, dass ich da genau drunter lande? Wahrscheinlich ein bisschen so, oder? Aha. Sehr schön. Das hat super geklappt. Hallo. Hallo. Oh. Oh. Sehr gut. Haben wir auch da unsere nächste Blaupause bekommen. Die wir sogar schon abgeben könnten, weil wir es neid schon gefunden haben. Das ist ja cool. Wir müssen hier raus. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Aber hier ist eine Leiter. Hilfe. Was wie in Ruhe. Au. Pelle. Aha. Hier haben wir was für Donkey. Cool. Wir können wieder fliegen. Wir können wieder fliegen, Freunde. Fliege kommen. Ist wieder in Action. Boom. Ui. Mit Dornen. Ich gucke mich immer lieber nochmal um, ob das vielleicht irgendwo noch was anderes ist. Aber das ist in diesem Fall nicht so. Das ist ein langer Flug. Auf die Bananen ziehen. Nein. So knapp vorbei. Und wieder hoch. Warum lange warten? Wenn wir doch eh hier rein müssen. Hui. Das war knapp. Ich wollte gar nicht drücken. Und. Uuund. Uuund. Ich freue mich eigentlich mit was die gefüllt sind, dass man da sich einfach so durch die Gegend schießen lassen kann. Uuund. Abschuss. Der müsste treffen. Sehr gut. Ich warte lieber ein bisschen. War knapp, aber geschafft. Jetzt haben wir wieder 1000 Billionen Fässer zur Auswahl. Ich nehme das erste. Was kommt? Da haben wir schon unser Ziel gefunden. Das ist nicht dein Ernst. Das war nicht unser Ziel. Das ist unser Ziel. Das Minispiel. Hui. Wie das denn schon schön ist. Willkommen zur Bonusstage. Funkelne Feen. Oh Gott. Ich hasse es. Ich treffe die Klapptrapps. Um ihren Weg freizuräumen. Ich äh. Ich habe sie in Ruhe. Und durch da. Lass sie durch. Kumpel, lass sie durch. Alles cool. Oh nein. Die wird sterben. Aber die wird es jetzt schaffen. Und dann haben wir das Spiel. Gewonnen. Das klingt dieses Mal ganz gut eigentlich. Ich sah aber im letzten Mal schlimmer aus. Und tschüss. Oh, Bananen. Sehr, sehr schön. Damit haben wir eine weitere goldene Bananen. Und ich nehme jetzt gleich Chunky. Damit wir den Turm mit ihm einmal komplett erkunden können. Einmal wirklich komplett von unten bis oben. Und das Ganze anschauen können. Und dann bin ich gespannt, was uns oben erwartet. Auf dem Pilz. So. Ja, mal runter. Wuuu. Autsch. Das sieht sehr, sehr süß aus, wie er... Wie sein Kopf dann auf einmal so groß wird. Ich glaube, immer noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es scheint zu funktionieren. Irgendwie... Magie. Affenmagie. So, haben wir hier links noch... Bananas für ihn? Nein. Nein, nein. Da ist nichts mehr. Chunky wird hier wahrscheinlich sehr viele Bananen bekommen, habe ich so ein Gefühl. Ja, wir haben da eine Bananen ausgelassen, mein Freund. Dankeschön. Ähm... Da hinten ist... Nichts mehr. Okay. Das heißt, da geht's längs. Jetzt müssen wir erstmal raus, um dann wieder reinzukommen. Okay. Damit kann ich leben. Bananen für Donkey. Ernsthaft. Gibt es wenigstens ein Wechselfass. Nein, aber hier gibt es Tiny's Kumpel. Ach, ich hasse euch. Bananen für Donkey. Und dann auch die Blaupause für Tiny. Und wen spiele ich? Klar, Junkie. Ach ja. Vielleicht gibt es hier oben ja einen Wechselfass. Das wäre schön. Danke. Danke, Spiel. Oh. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Huch. Hier sind Bananen für Donkey. Die habe ich gar nicht gesehen. Erstmal hier Bananen wiederholen. Donkey hat schon seine 75 Farbe. Das ging verdammt schnell. Das ist ja krass. Okay. Kann ich definitiv mitleben. Habe ich gar keine Probleme mit. Finde ich sogar sehr, sehr schön. So, jetzt Tiny, die, glaube ich, noch so gut wie nichts hier hat. Ach, sind eigentlich noch Bananen. Egal. Ich wollte gucken, ob da noch Bananen dran sind, aber selbst wenn, ist es doch egal. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Na. Diese Feder hat das falsche Ziel getroffen. Sehr schön. Hallo. 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 Auf den Brettern mit dir. Sehr schön. Nächste Blaupause. Und Tiny hat jetzt schon 99 Münzen. Krass. Die sammelt ordentlich. Also mit der können wir, könnten wir definitiv sehr viel spielen. Dadurch, dass es nur Donkey kann, das Original Arcade Donkey Kong, bringt uns das leider nicht viel. Ja, aber schön, wenn meine Münzen, München, wenn wir Münzen irgendwie, verteilen könnten. Also, dass wir die anderen. Wow. Ruhigspiel. Alles wird gut. Wäre schön, wenn wir die Münzen halt verteilen könnten, auf die anderen Kongs, aber das ist leider nicht möglich. Das wäre halt sehr, sehr hilfreich. Na, dankeschön. Ich dachte schon, Chunky will die Banane gar nicht. Das war knapp. Gut gesehen, Kumpel. So, dann hier einmal hoch. Hallo. Ähm. Ah. Ich möchte trotzdem nochmal kurz gucken. Da sind wir vorne hochgeflogen. Okay, da sind wir rausgekommen. Alles gut. Ich wollte mich nur nochmal umsennen. Vergewissern. Da drüben. Aha. Des Nachtes. Wieder mal. Also müssen wir noch... Oh, Chunky. Du bist echt ein Held. Muss ich mal so sagen. Das macht ja verdammt gut. Also, im Dunkeln müssen wir da auf jeden Fall nochmal hinkommen. Mit wem ist die Frage? Ich würde es dann einfach mit Chunky wieder probieren. Ich darf das alles nicht vergessen. Das ist so viel. Ich werde es bestimmt vergessen. Ich bin mir sicher. Sehr gut, Chunky. Und dann sind wir jetzt auch gleich oben, schätze ich mal. Mehr Bananen. Chunky hat auch bald seine 75 Bananen voll. Holy moly. Das geht hier flott in dem Level. Aber gut, wir erkunden auch gerade sehr, sehr viel. Dadurch, dass es so viele Teilbereiche sind. Es gibt viel Munition hier. Wenn ich Munition brauche, weiß ich, wo ich hingehe.